Musik 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 Ich bin das erste Mal von einem Kirchturm runtergesprungen. Und wie beschreiben Sie das Gefühl? Ja, wir sind rüber geschwommen und wir haben ein Bild gemacht mit uns auf dem Kirchturm, weil wir auf dem Jahreskilender auf der ganzen Sitzenseite stehen wollen. Und wie ich sehe. Wir sollten heute mal ein sehr gutes Bild machen. Das ist etwas Besonderes, weil man hier rüber schreit. Musik 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 Zu einer tollen Kirche, einer untergegangenen Kirche und ich habe ein richtig cooles Kumpel. Und was wollt ihr mit diesem Kumpelbild machen? Wir wollen natürlich auf die Vorderseite des Kalenders, des KPE-Jahreskalenders, wollen wir aufs Titelbild kommen. Und meint ihr, dass ihr gute Chancen habt damit? Ja, ich glaube nicht nur gute Chancen, ich glaube, wir kommen wieder drauf. Also ich bin mir 200% sicher, wir kommen wieder drauf. Okay, letzte Frage noch. Wie fühlt es sich an, von einem Kirchturm runter zu springen? Habt ihr das schon mal gemacht vorher? Noch jeden Tag. Würdet ihr das weiterempfehlen oder sollen wir das nicht nachmachen? Also, es ist schon weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Das ist ein tolles Erlebnis. Danke. Perfekte Hürtenspringen. Genau. .